Hey, Internet und YouTube und willkommen zurück zu Meine Kraft, wieder mit unserem Kollegen vom letzten Mal, dem Bernd1988, auch genannt Razer oder in Skype Richie Mabitchi. So, wissen wir überhaupt noch, was wir machen wollten? Also hier unten haben wir so ein neues Lager gebaut, oder? Ja. Und mach mal den Sound von deinen Boxen auf deinen Kopfhörer, bitte. Aber natürlich. Weil das höre ich nämlich, wenn du das, wenn ich irgendwas aufmache, oder du. So. Wollten wir nicht das Haus weiterbauen? Können wir aber nicht, weil es dunkel wird. Hey. Ähm. Ähm, okay. Ich muss mal nachdenken jetzt. Ups. Okay, was habe ich gemacht? Wir können, glaube ich, erstmal nichts machen. Wir müssen warten, bis es Dings wird. Bis es wieder hell wird. Aber das Haus ist schon nicht schlecht, ne? Warte mal, wir können ja mal rüber gehen, wenigstens schon mal. So, wenn wir jetzt, hier haben wir ja, das soll nur eine kleine, das soll nur eine Abstellkammer sein, genau. Ja. Hier soll ja das Wohnzimmer. Oh, ist gar kein Dach. Ne, das Dach, das muss ja alles noch, die nächsten obersten Stockwerke und so, das, das wird alles noch. Haben wir noch nicht gemacht. Das kommt alles noch. Bilder kommen auch noch. Ja, die sind Standard. Ne, ne, Bilder mache ich später nochmal auf meinem, also auf meinem Kit hier, was ich habe, oder wie das auch immer heißt. Da werde ich noch, äh, Dings draufhauen. Bilder, die ich mir reinhaue. Da, die Bilder werde ich dann abändern. Das Dach ist ja noch nicht, ne? Nope. Aber warum spawnen hier keine Viecher hier oben auf dem Dach? Weil unten Licht ist, oder wieso? Ne, da ist ja kein Licht. Ja, das meine ich ja, aber warum sind hier oben keine? Äh, ah, da hinten stehen sollen. Wann mal. Ich will mal was probieren. Peng. Ich geh doch offen. Wie weit fliegt denn das Ding? Ach so, da. Ah, okay, jetzt sehe ich das. Ich habe ja auch noch einen. Yeah, ich habe ihn, 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 ich habe ihn. Schnell, ich habe ihn gedruckt. Headshot. Noch ein Headshot. Noch ein Headshot. Ach, ein Baumlöcher. Hä? Da hinten ist meine Energie. Nicht aufheben. Nein. Okay, nehm die anderen. Ach, Quatsch. Nein. Kommt doch von hinten auch noch einer. Pass auf, von, ne, von hinten kommt keiner, weil den, au, den nehm ich jetzt, hier. Komm her, du. Ich bin von Damage. Komm her, du Sau. Bang. Oh, da ist ein Sklead, das greife ich nicht an. Bang. Da ist ein Creeper, äh, pass auf, da ist ein Creeper. Ja, ja. Kriegt man nur Erfahrung, wenn man die mit einem Schwert kaputt haut, oder? Äh, ne, wenn du mit einem Bogen abschießt, kannst du ja hinlaufen und lass die XP aufsammeln. Okay, weil ich habe jemanden erschossen, der hat aber keine XP fallen gelassen. Was ist denn das hier überhaupt? Oh, das ist ein Skelett hier. Ja. Oh, der ging daneben. Okay, das sei jetzt... Ich habe auch mit meinem Bogen. Der ist jetzt irgendwie in der Wand verschwunden. Ja, das ist eigentlich Buggy. Ja, das ist halt Minecraft, ne? Ja. In Wirklichkeit ist es noch die Beta, nur das wollen die nicht zugeben. Tschüss, weißt du, wie viele Creeper da sind? Alter Schwede. Da sind drei Creeper und vier so eine Skelette und die kommen zu uns. Ach, die sind so. Ich komme, ich hole jetzt meinen Bogen. Wo kommen die Kohle nochmal hin? Hier hin. Headshot, alter. Hier. Ich habe ihn voll an den C geschossen. Yeah, ich habe einen Creeper erlegt. Mit Pfeil und Bogen. Wah. Oh, da unten war. Ne, da sind mir zu viele. Das sind fünf Stück. Schaufeln, schaufeln, schaufeln. Keine Lust. Keine Lust drauf zu gehen. Ich glaube, ich mache die Schere. Ich sortiere so lange hier mal die Kiste wieder ein. Ich gehe schlafen. Ah ja, wir sind so doof. Warum warten wir eigentlich immer die Nacht ab? Was? Wenn wir schlafen können. Warte mal, ich lege mich mal hin. Drück mal auf Bett, da kommt irgendwas. Ja, ja, weil ein Monster hier neben uns ist. Hier, der hier. Der Kollege hier. Ah. Was ist das denn? Box ihn mal weg. Nicht da. Ja, toll. Kann man eigentlich Pfeile abwerfen? Ich lenke ihn ab. Nein, ich lenke ihn ab. Hau ihn tot. Oh, da sind zwei. Ah, da sind zwei. Ja, komm, soll man nicht so ein weiche Ei. Ah ja. Ich hole ihn. Ich lenke ihn ab. Er guckt gar nicht. Yeah. Süß. So, weg. So, komm rein, dann können wir uns hinmatschen. Ich lieg schon mal. Leg dich neben mich. Ah, schön. Morgens Stunt hat Gold im Mund. Brennt, ihr Monster. Brennt. Oh, wie viel ist das? Ich kriege noch einmal, dann kriege ich noch XP. Hä? Gibt man eine XP? Wie viele das sind? Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Und, rennt noch ein Creeper rum. Oh, yeah. Oh, ihr hat ein Ei. Hier hat ein Hahn gerade einen fahren lassen. Oh, der hat dich erwischt. Du bist tot, ne? Oh, der hat dich richtig böse erwischt. Ja. Warte, ich hole mein Zeug. Der hat dich richtig böse erwischt. Ja, oder? Das war nicht so gut. Oh, wie viele Sachen. Ich habe auch ein paar eingesammelt. Was? Da bist du mein Zeug ein. Hier ist noch was. Oh, hier ist Kohle. Aha. Warte, komm mal. Hä, hier. Guck mal, hier ist noch viel mehr von dir. Hier, überall. Wo bist du, Prinz Nase Weiß? Guck mal hier, warte. Hier steht da nichts. Das war mein Schwert. Ah, ich habe gerade alles. Ne, das war mein Messer. Hier, das ist noch von dir. Warum hast du so viele mitgenommen? Cool, ja? Gottes Willen, was willst du damit? Keine Ahnung. Du willst mir alles klauen, ne? Ja. Ah, ja, ich sehe das schon. Hast meine XP-Ängste, ich merke schon. Ne, ne, ich bin auf Level 7. Also ich habe nur zwei so ne grünen Dinger gekriegt. Ich wollte ja eigentlich alle wegnehmen. Ja, ich weiß schon. Aber ich bin jetzt nur noch Level 8. Leider. Ist ja nicht schlimm, ich bin 7. Ähm, ich würde mal sagen, wir bauen am Haus weiter, oder? Wir müssen mal um Holz fahren gehen, oder? Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wie viel Holz noch da ist. Geht aber... Okay, das ist noch da. Ja, das Problem ist... Ne, ne, das geht gar nicht. Das ist viel zu wenig. Glaub mir. Weil wir müssen... Ein paar Schafe suchen. Wofür brauchen wir Schafe? Wollen wir? Ich gehe jetzt Bäume fällen, komm. Komm mit, mein Freund. Ich gehe Schafe suchen. Ich gehe Schafe suchen. Hoffentlich finde ich dann wieder heim. Ja, die Koordinaten sind ja irgendwas mit 150, 180 oder so'n Scheiß. Außerdem haben wir ja da geschlafen, von daher... Oh, da sind... Oh, Creeper. Ah, ne Huhn, das können wir auch mal mitnehmen. Geht das nicht erst, wenn man... Wenn man jetzt zum Beispiel disconnecten jetzt, ne? Sind wir dann wieder im Haus beim Bett, oder da, wo wir aufgehört haben? Ne, da sind wir da, wo wir aufgehört haben. Achso. Denk ich mal. Ich sammle mal so lange ein paar Bäume hier ein. Wir brauchen nämlich jede Menge. 4 Eier. Also. Was wir nachher auch machen können vor der Tür, werde ich bald nochmal ne Zuckerrohrplantage bauen. Ja, ich hab auch noch Melanzeeds. Wir müssen mal anfangen, bald ne kleine Farm auch aufzubauen. Deswegen hab ich ja auch hier vorne vor der Tür alles schon mal... Äh, alle Bäume abgeholzt. Dann müssen wir nur nochmal die Ebene ein bisschen flach machen. Gibt so viele Hühner. Du hast gerade ein bisschen Probleme mit deinem Headset. Das knackt ein bisschen. Oh. Äh, ne eigentlich nicht. Doch, ein bisschen hat's geknackt eben. Oh, das ist nicht schön. So, gucken hier überhaupt. Gib mir dein Ei, danke. Oh, oh, oh. Ich bin so... Ich bin so böse. Können wir nicht auch... Ich hab was ganz schönes gefunden. Können wir nicht auch Schafe irgendwie züchten oder sowas? Ja, kann man. Wie geht sowas? Ähm, jetzt brauchen wir erst, äh... Oh, leid. Seeds. Brauchen wir da. Weil da müssen wir nicht so lange nach diesen dummen Schafen mal suchen. Dann können wir so eine kleine Farm machen. Und dann haben wir doch Schafe. Ja. Da haben wir aber noch keine Farben. Wir können uns aber erstmal so eine Übergangsfarben machen. Übergangsfarben gibt's nicht. Übergangsfarben gibt's nur in Endian. Ich dachte, das heißt, das ist ein Inhalt, ne? Äh, was ist das denn hier? Achso, Tannenbäume. Ach, lol. Ich hab keinen Schaf gefunden. Und ganz viel Hühner. Äh, 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 ähm. So. Warum steht hier irgendein komischer Stein? Der übertrieben lange braucht, bis er abbaut. Alter, der braucht ja auch richtig lange. Lol. Wer weiß, was das für ein Stein ist? Ja, der sieht aus wie... Cobblestone ist es aber, glaube ich, gar nicht, oder? Aber dann ist es Badrock und den kriegst du nicht kaputt. Ne, Badrock kann's nicht sein. Ich glaube, ich hab einfach nur die falsche Hacke benutzt. Mit einer Holzhacke Stein abzubauen dauert halt eine Weile, ne? Hm, stimmt. Ja, da war ich jetzt doof. Könnte man. Ah, ja. Rund auf vom Server, aber ganz schnell. Rund auf vom Server, aber ganz schnell. Du hast gerade, ich bin doof. Bin ich gar nicht. Ich bin nicht doof. Ich bin nur nicht so intelligent wie andere, das ist alles. Alles klar. Ähm, man könnte ja... Okay, jetzt kann ich nicht reden. Ähm, man könnte ja eine Eiermaschine bauen. Hä? Eine Eiermaschine. Bau, was du willst, aber ich will die zugucken. Hm? Bau, was du willst, aber ich will zugucken. Weil ich hab noch nie was für eine Eiermaschine gehabt. Tut mir leid. Aber kannst du ja machen. Wer YouTube im letzten, in den paar letzten Parts mitbekommen hat, hab ich ab 1.8 oder 1.7 oder so nicht mehr gespielt. Und das wird ich auch mal gespielt. Und also wird es für eine Eiermaschine und ein wenig gespielt.